Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich mit meiner Show Ginterjauch 2 mit Violetta. Heute haben wir einen lieben Kerlchen, Joey. Bacchami, stringemi, stringemi. Hallo Joey. Hi. Du kommst schon lange von der Dschungel. Schon lange, ja. Hast du ohne Weib nicht versucht zu masturbieren? Nee. Hast du das nicht gemacht? Nee. Gar nichts. Masturbieren oder was? Masturbieren. No, 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 nix. Hast du das nicht gemacht? Noch. Kennt du das nicht überhaupt? Hast du denn irgendwas mal mit griechischer Liebe gemacht, so Sofocres mit Archimedes ungefähr? Wie? Hast du nicht mit einem Mann versucht, da etwas mit einem Mann zu machen? Mit einem Mann? Nein, ich bin doch nicht blöd. Wieso denn? Hast du dann nicht? Ich bin doch nicht blöd, ich mach doch nicht nur einen Mann. Na ja, hast du auch keine Lust gehabt, mit einem Mann zu machen? Ich bin ja nicht schwul. Na ja, das muss man nicht schwul gleich sein. Aber hast du nie neugierig gewesen, wie man macht Mann mit Mann oder irgendwas? Nein, nix. Wie viel Mal kannst du denn pro Nacht irgendwie was bumsen? Bist du Sexokologin? Nein, bin ich nicht Sexokologin. Aber interessiert mich das in meiner Sendung. Das ist doch interessant zu wissen. Ja, also frag mich nochmal. Hast du denn schon Archimedes Sokphrates Liebe gemacht? Griechisch? Vielleicht war was dabei, aber ich hab's nicht gemerkt. Na ja, wenn ein Mann warst du, dann hast du nicht bemerkt, hast du deinen Orgasmus gehabt? Nein, da war kein Mann drin. Na ja, dann antworte das so. Es war kein Mann drin. Es war kein Mann drin. Ha, na dann. Wirklich, da musst du, erstaunlicher Mensch gewesen. Hast du auch ein Single gemacht, ja? Eine Single? Ja, das hab ich genau. Da werden wir mal sehen, was du hast gesungen, mein Lieber. Jawoll. Ja, das ist meine neue CD. Ja. Jeder Tag zählt. Will ich dann hören, wie du singst? Ja. Lied Nummer eins, oder? Na ja, werden wir sehen, mein Lieber. Werden wir sehen, wie du das findest. Also ich geb dir nur einen Ratschlag, ja? Ja. Pass mal auf. Lied Nummer zwei ist auch schön. Hollywood. Wolltest du mal nach Hollywood? Ich war schon in Hollywood. Ach so. Okay. Dann ist das ein gutes Lied. Läuft. Nochmal. So liebe Zuschauer, wir hören jetzt Joy, neue Single. Ich kann den Himmel nicht mehr sehen und den Weg aus mir raus nicht mehr gehen. Ich stopp die Ewigkeit, hol mich raus. Hol mich raus von hier. Und für meine Wunden bring mich nur von hier. Ich fisch an die Sekunden. Hm, ich hab deinen Single gehört. Du wirst ein Sänger sein, ja? Ja, ich bin ein Sänger. Ja, aber viel lernen musst du doch noch. Nö. Doch. Ich bin so wie ich bin. Naja. Singst du, so wie gesagt, auf Französisch Ohlala. Aber ich sing ja nicht wie Französisch Ohlala. Wie meinst du? Mit mehr Temperament singen. Zum Beispiel. Amore Batschami. Gestringe mit so Fixus Mixus. Verstehst du? Oder verstehst du nicht? Na dann lerne. Musst du mehr Temperament haben. Lied, hör dir mal ein anderes Lied an. Vielleicht ist das besser. Aber bitte wärmen wir Zuschauer noch hören ein anderes Lied. Das Lied ist für meine Freundin. Hast du gesehen? Wie sie... Ciao. 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 Ciao.